Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalloriot und ich begrüße euch zur 428. Episode dieses Cities, Skylines, Snowfall, After Dark und Natural Disasters Let's Play. Sieht man hier, war hier eine Welle oder irgendwas? Kick mal hier, hat da so eine komischen Furchen im Wasser. Sah eben bloß so aus, obwohl, kick mal hier, nee, man kann hier irgendwie eine Welle sehen. Ist das hier von dem Umbau hier? Na, whatever, die Küste hier scheint hoch genug zu sein, ist keinem was passiert. Gut, eine Sache muss ich noch nachliefern, ähm, mehrere Sachen, bevor die Stadt fertig ist natürlich, wenn es hier überhaupt mal irgendwann ein Fertig geben wird und zwar ist mir das eben aufgefallen, guck mal hier, die Autobahnverbindung hier in diese Richtung, die ist ja komplett unterbrochen, dadurch, dass wir hier die Tunnel gebaut haben. Das muss natürlich geflickt werden, das geht natürlich nicht. Ähm, Pfeile sieht man einigermaßen, bei Autobahnen sind ja Einbahnstraßen und das ist halt ein Mod. Kann ich anschalten mit der Punkttaste, aber wenn ich ab und zu mal, da werden hier Pfeile eingeblendet. Das ist eine ganz nette Hilfe. So, wie auch immer. Ähm, nee, wir möchten nicht ersetzen, wir möchten einfach, kommen wir hier rüber? Ah, nee, wir werden wohl in den Keller müssen, ne? Ähm, nee, hier können wir kreuzen. Mach mal ihn hier aus. Watt ist dann, wenn ich einfach so auf die Blöde... Na, blöd, ihr Dude. Ähm, ja, im Grunde genommen... Machen wir das. Was soll das? Und hier geht's nicht, weil... Hm. Komisch. Es scheinen unterschiedlichen Niveaus hier zu sein. Äh. Hier geht's rüber? Hier geht's auch rüber. Äh? Und ab hier nicht mehr. Dann machen wir das einfach so. Egal wie. Ah, jetzt komischerweise ein bisschen höher. Hm. Hm. Ja, was Zeug dazu sagen. Watt gibt's noch ein Anschlussproblem? Ah, falsche Richtung überhaupt? What? Ah, come on. Hallo? 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 Den und den und... Ja, man kriegt diese Bestätigungsgeräusche von dem Bagger-Tool oftmals nicht. Und das ist ziemlich doof. Ähm, nee, der war richtig. Und jetzt müsste eigentlich alles gut sein, ja. Gut, dann kommt mal wieder. Ja, sorry, dass wir euch hier ein bisschen ausgeschlossen haben. Ich hab ja zwischen den Pausen ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir waren am Ende der letzten Episode auf 300 und 50.000 oder irgendwie so weit Kohle. Und damit kannst du ja hier auch keinen Blumentopf hier winnen. Das heißt, wir müssen, bevor wir hier mit dem weiteren Ausbau weitermachen, auf jeden Fall ein bisschen sparen. Hm. Hm. Ja, wie spart man am besten hier? Weiß-Cities. Ha. Indem man halt Sachen macht, die erstmal nichts kosten oder wenig kosten. Und das ist schwierig, so was zu finden. Ich meine, ihr könnt mich jetzt hinsetzen und zwei, drei Episoden einfach nur ruminterpretieren. Aber da hab ich auch keine Lust zu. Guck mal hier. Können wir mal wieder ein bisschen Wasser laufen lassen. Was ist oben am Meteoritenkrater los? Ah, der ist okay. Hier, stellen wir mal wieder ab. Wasser ist kurz vorm Überschwappen. Wollen wir nicht. Gut. Ja, primäre Aufgabe ist hier, dem Bereich jetzt mit, ja, Krankenhäusern, Feuerwehren und sowas alle zu versehen. Aber das sind halt alle Installationen, die mächtig Geld kosten. Die müssen wir uns erstmal sparen. Das heißt, wir können schon mal die Bereiche mit beispielsweise Bussen und Straßenbahnen und sowas versehen. Also jetzt nicht komplett. Also ich will jetzt keine drei Episoden hier Buslinien malen. Das ist mir auch zu nervig. Oder auch halt eben zu langweilig. Aber ein, zwei Buslinien hier so, könnte man eigentlich schon mal machen. Dann was wir haben, haben wir. Muss diese Wendeschleife eigentlich noch hier sein? Oder könnte die Tram nicht eigentlich auch weiterfahren? Ah, die könnte hier oben bis zum Krankenhaus hier eine Wendung hinlegen. Ja, finde ich gut. Mach ich. Gebt mal Schienen her. Soll die Tram hier das ganze Viertel abfahren? Oder zieht hier keine Zwischenstraße ein? Ach, eigentlich kann sie auch das ganze Viertel hier abfahren. Finde ich. Na, ich finde es nicht gut, dass dieses Bautool nur jede zweite, dritte Mal irgendein Geräusch von sich gibt. Es fehlt die akustische Bestätigung, wenn man irgendwas macht. Gerade wenn man viele Sachen hintereinander weglöscht. Egal. Schon ein paar Mal, wie gesagt, fällt mir das immer wieder auf. So, ähm, welche Linie haben wir denn hier eigentlich? So, holen wir uns die doch mal raus. So, bitte mal alles aus. Ist alles aus. Ja, sieht gut aus. Dann schauen wir mal. Einfach abhovern hier. Und irgendwann blinkt es und leuchtet. Und dann haben wir sie von... Da war sie kurz. Das ist die Nord-Süd-Linie. Eine der wichtigsten Linien hier. Weil sie halt quer komplett über die Map geht. Ja. Und das soll ruhig weiter so gehen. Gut, nun haben wir hier nicht mehr die exakte Nordachse hier. Diese Hauptstraße. Aber mein Gott. Ähm, den. Und wir reden ja an und für sich hier von sowas. Gut. Dann nehme ich mir diese Station und ziehe sie einfach... Erst mal hier hin. Dann muss er kurz grübeln. Ist das legit? Darf er das? Ich habe hier auch schon mal... Straßenbahn-Textur eingesetzt. So ungefähr den Rhythmus, den wir vorher auch hatten. Hatten wir auch immer eine Tram. Dann zwei Straßen ohne Tram. Tram. Zwei Straßen ohne Tram. Habe ich eben in der Pause gemacht. Aus Verlegenheit. Einfach nur, um das auch nicht zu vergessen. Dass wir hier halt eben auch Trams haben wollen. Was ist denn hier nun los? Mach doch mal. Ich würde gerne weiteres an dieser Strecke verändern. Und nun kommen. So schwer kann das doch nicht sein. Ja, jetzt hat er es. Sehr gut. So, wo hätte man denn gerne Stationen? Hier am Wasser ja sowieso ungerne viele. Weil diese Straße ja ist auch gerne mal voll mit Staus. Dadurch, dass halt eben so eng ist. Wenn jetzt hier noch eine Buslinie langfährt oder so, dann wird es schnell mal eng. Dann würde ich sagen, hier. Hallo? Macht er die oder macht er die nicht? Ach, die klebt noch irgendwie an der Maus dran? Komisch. Eins, zwei. Dann sind wir wieder hier. Okay, so eng soll es natürlich nicht sein. Die ist hier ungefähr in der Mitte. Hier oben machen wir einen hin. Und hier. Sehr schön. Nice. Dann würde ich das hier gerne wegbaggern. Kann ich aus dieser Ansicht nicht. Muss ich erst raus. Okay. Dann wieder zurück zu den Bussen. Wie hätten wir es denn gerne? Eigentlich kann ich diese Linie einmal gerade durchfahren. Über drei, vier Straßen oder so würde ich sagen. Soll ruhig ordentlich Gebiet abdecken. Ist mir egal, ob die Linie dann drei Tage unterwegs ist, um einmal rumzukommen. Fangen wir einfach hier an. Hier waren wir keine Stationen. Eben schon erwähnt. Warum? Ich könnte man hier auch schon fast zwei Stationen setzen. So, jetzt sind wir hier und auf der Straße wird es ja sicherlich auch wieder eine ganze Menge Busse dann geben. Ja, machen wir das erst mal so. Ändern können wir uns ja immer noch. So, ich bin schon hier. Möchte ich hier eine Station haben? Erst mal schon, ja. Und dann hier wieder zurück. Hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Ich würde sagen, einen machen wir noch, ne? Obwohl, hier ist Tram-Derivate. Hier könnten wir auch eine Tram langschicken. Hm, hm, hm. Ne, könnten wir aber auch eine Tram und einen Bus langschicken, damit sie umsteigen können. Finde ich gut. Verkauft. Das ist ja schnödet Wohngebiet. So krass wird der Verkehr hier nicht sein. Und wenn der Verkehr dann irgendwann mal krass ist, dann können wir immer noch was ändern. Ah, das ist eine super blöde Ecke hier. Hm. Ich muss hier direkt runtergehen. Würde er machen. Aber hier könnte durchaus noch eine Station hin, oder? Irgendwie. Machen wir das erst mal. Und hier wieder zurück. Oh, dann biegst du hier runter. Machst hier die Bähnen und fährst dann hier wieder zurück. Weil wir möchten ja auch beide Straßenseiten versorgen. Ja, das wären natürlich mega Umsteigerhaltestellen hier. Und dann können wir gleich hier unten. wieder zurück. Könnte ich auch die Zeit laufen lassen. Dann lassen sich die Haltestellen teilweise schwerer setzen. Dann kommt der ein oder andere Mausklick schon gar nicht mal durch. Manchmal. Das andere ist, ich will aber auch nebenbei ein bisschen Kohle generieren, damit wir die großen Sachen weitermachen können. So, hier lang. Ja, dann noch hier ganz oben. Hier darfst du dann auch nochmal umsteigen. Hm. Hier lang? Einfach um das hier unten ein bisschen zu entlasten. Ich glaube ja. Ich glaube sowas mache ich. Ähm, nee. So, jetzt gibt es hier noch eine. Und dann geht es hier wieder zurück. Schon mal vergewissern. Hier lang, hier lang, hier lang. Und dann, den sucht sich auch anständige Führung. Sehr gut. So, was fehlt dann noch? Beispielsweise eine Etage tiefer. Der hier. Und zurück das Ganze. So, und da könnten wir auch in Richtung Norden machen wir hier eine Station. Den hier. Den. Oh, dann müssten wir hier runter und dann hier lang, ne? Deswegen muss ich hier eine Station setzen, damit er nicht hier lang fährt. Dann hier. Ja, und dann Heimreise, oder? Einmal hier. Einmal hier. Da. Und da. Und den noch. Und dann Zusammenkunft, oder? Hallo? Hallo? Na, er hat es irgendwie registriert, aber dadurch, dass der Edit-Mode halt eben läuft, die Zeit läuft, hat er damit Probleme. Dauert halt ein bisschen. Nehmen wir mal Pause. Hat da nicht viele andere Dinge zu tun, angeblich. Oh, jetzt hat er es. Ähm... Pup, 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 pup. In hier... Buslinie 45. Und man hat viele Dinge, wo man da einen Namen ausdenkt. Ah, hat Mike später. Keine Lust zu. So. Das sollte auch erst mal Busabdeckung mäßig reichen. Drüben können wir dann noch Bus hier... Tut, 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 tut. Hier haben wir dann wahrscheinlich das komplette Gebiet mit in der Bus... Obwohl, ne, Blödsinn. Das geht ja hier noch weiter. Das heißt, wenn wir hier weitergebaut haben, können wir auch erst die Buslinie machen, die dann hier praktisch... Tsch, 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 wie so ein Scheibenwischer mal rechts, links geht. Ähm... Ja, Tram. Trim, Tram, Trim, Tram, Trim. Da hätten wir beispielsweise hier die Straße. Ja, hier runterzufahren wäre Blödsinn. Weil das hier an den Autobahnausfahrten nicht so gut, wenn da so viele vorbeifahren. Damit es hier mal schon leer ist für die Leute, die auf die Autobahn oder auf die Autobahn runter wollen. Äh... Was ist denn hier? Wollten wir das auch? Ist doch... Die Nummer, die fährt doch zum Flughafen irgendwie. Glaube ja. Muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Gut, wir hätten gerne hier ne Tram. Und ich glaube, ich lasse die einfach ganz profan so richtig im Kreis fahren. So ganz auf die simple... Ähm... Linie, bitte? Äh... Hallo? Haltestelle, Straßenbahn. Ist doch richtig. Achso, ich kann ja nicht direkt hier drauf, weil die Straße zu dünn ist. Äh... Okay, aber ich darf nicht vergessen, ich habe hier oben glaube ich noch nicht überall Textur drin, oder? Und zwar... Hier... Ähm... Hier geht's weiter. Dann kommen wir hier hoch. Hier oben geht's weiter. Wobei, möchten wir hier? Hier unten? So weit unten? Nee. Das wird langsam ein klein wenig unübersichtlich. Ich würde doch gerne keine Buslinien sehen. Einfach ein bisschen besser... Äh... Ein besseres Auge für die Straßen zu haben. Dann machen wir doch mal alle Trams an, damit ich weiß, wo ich schon gemalt habe. Ja, so ist es doch schön. Ich hätte eben hier beinahe eine neue Tram drin gemalt, obwohl hier schon eine Tram ist. Nicht gut. Ähm... Tram... 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 Und auch hier, jedes vierte, fünfte Straßenstück kriegt man mal so ein Rumpelgeräusch. Finde ich nicht gut. Hier hin. Wir haben den. Der nächste wäre dann praktisch hier oben. Oh, dann sind wir hier. Ja, was machen wir denn dann? Gute Frage. Wir haben die Möglichkeit, beispielsweise hier runterzubiegen und hier wieder dieselbe Strecke zurückzufahren. Hm. Mal hier, die hier über diese enge Kreuzung zu schicken, dann noch hier lang, wo schon die ganzen Busse sich hier zusammenpressen, halte ich für keine so gute Idee. Wo ist jetzt die Schiene? Hier ist die Schiene. Eins, zwei, er hier. Und wieder steht die Uhr. Das vergesse ich immer. So ein Automatismus, dass ich halt immer mit dem Daumen auf der Space-Taste bin, wenn ich was am machen bin. Hallo? Wo ist das Problem? Warum machst du denn hier so mit der Schien-Textur so komische Sachen? Hä? What? Was ist das denn? Wieso kann ich Einbandschienen? Ach, fuck! Einbandschienen habe ich ja noch nie gesehen. Noch nie gebraucht. Nein, äh, hier, wir wollen zweispurig mit Straßenbahngleisen und die müsste da noch für sich... Warum macht denn... Ah. Rechte und linke Maustaste? Unterschiedliche Funktionen. Fuck. Für so eine Klinigkeiten, für so eine Schusseligkeiten doch ein Undo-Button, bitte. Das wäre so toll. Der hätte ich bestimmt schon... Na, bestimmt 23 Mal geklickt in dem ganzen Netzplay. Hm, vielleicht auch 24 Mal. Wer weiß. So, diese Straße. Dann müssen wir hier... Ah, genau. Dann sind wir hier. Den Popel müssen wir noch machen. Dann kann er hier abbiegen. So, auf der anderen Seite habe ich es doch sicherlich auch falsch gemacht. Mit der falschen... Straßenbahn-Textur. Selbstverständlich. Und so sollte es funktionieren. Aber, damit sich der Kreis schließen kann, brauchen wir hier auf der Trasse noch ein bisschen Schiene. Aber nur ein bisschen. Oh, dann kann sich jeder Kreis schließen. Hier kommen wir lang. Dann hier runter. Wie ist das denn? Andere Seite. Hier haben wir Schiene drin. Die ist auch hier verbunden. Sieht gut aus. Hm, ja. Kann man machen hier. Kann ich eine neue Schiene einsetzen. Oder eine neue Linie vielmehr. Gut, werde ich machen. Aber erst in der nächsten Episode. Warum hat er hier diese Connection-Probleme? Hm. Whatever. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne abonnieren. Einen Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch. dichogewicht. Wie gesagt. Wie gesagt.